Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Nachdem letzte Woche ja sehr, sehr wenig passiert ist, generell in den Märkten, nicht nur in den traditionellen, auch im Kryptomarkt, haben wir natürlich sehr, sehr wenig Bewegung gesehen. Hat natürlich damit zu tun, wir hatten am Donnerstag Feiertag in den USA und am Freitag auch nur einen halben Handelstag. Deswegen war hier kaum Bewegung und wir haben es letzte Woche angesprochen. Es gab auch wirklich kaum Daten, die hier zu melden waren. Nicht mal der Mittwoch hat hier wirklich was gebracht. Deswegen schauen wir jetzt mit aller Zuversicht, vielleicht ein bisschen Bullish, vielleicht ein bisschen Bearish, auf die neuen Zahlen. Und bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt gerne mal rein, was ihr denkt. Sehen wir nächste Woche möglicherweise eine weitere Rally an den traditionellen Märkten? Sehen wir bei Bitcoin-Erholung, würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Und ja, wie gesagt, wir sind beim Dow Jones mittlerweile schon fast am All-Time-High wieder angekommen, also es fehlt nicht mehr viel prozentual zumindest. Deswegen gerne eure Meinung unten reinschreiben und jetzt würde ich sagen, starten wir durch mit der nächsten Woche, starten mit dem Montag, 28. November, haben wir keinerlei Daten. Also es ist Montag, ist absolut ein ruhiger Tag, da brauchen wir keinerlei News, Events oder Sonstiges erwarten. Wichtiger ist dann der Dienstag. Zumindest beginnen wir hier so langsam mal ein bisschen mit den News und zwar kommen dort die CPI-Daten bzw. Verbraucherpreisindex bzw. die Inflationsdaten. Es gibt drei Begriffe dafür, sucht euch einen aus. Die Prognose liegt hier bei 10,4%. Was man dazu sagen muss, die Erzeugerpreise sind letzten Monat in Deutschland sogar negativ ausgefallen. Also man sieht hier auch so eine kleine mittlerweile Trendwende. Das könnte sich natürlich auch positiv auf die Inflationsdaten hier in Deutschland auswirken. Ob das jetzt wirklich so einen brachialen Ausblick auf die Märkte bringt, wage ich zu bezweifeln. Eher auf den DAX, auf den DAX 40, also die traditionellen in Deutschland. Wenn ihr Bock habt, dass wir den auch mal analysieren, weil momentan habe ich ja nur die US-Indizes hier in diesem Wochenausblick. Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, falls euch das auch interessiert, dann tue ich das natürlich ab nächste Woche auch noch mit rein. Also wie gesagt, da wenig Veränderung, sage ich jetzt auch mal hier, könnte ein bisschen Auswirkungen haben. Aber ich vermute auch, die Prognose könnte vielleicht sogar unter die 10%-Marke gehen. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. In den Supermärkten merkt man das natürlich noch nicht, aber vielleicht ein bisschen, dass wir hier unter diese 10%-Marke kämen. Aufgrund eben der Erzeugerpreise, die gesunken sind, wäre das doch schon mal ein kleiner Anfang. Dann, auch am Dienstag, kommt der USA-Hauspreisindex. Und der ist sehr, sehr interessant. Da haben wir schon immer wieder, oder ihr kennt es auf diesem Kanal, ich bin immer noch davon überzeugt, dass früher oder später ein Immobiliencrash kommen könnte, in Anführungszeichen. Und ihr wisst, ich bin echt scharf auf diese Zahlen, auch auf diese Ausfallraten, die komischerweise ja von der Homepage in den USA und überall auch bei investing.com gelöscht wurden, die nicht mehr gemeldet wurden. Und ihr wisst, 2007 bis 2009 oder 2007, 2008 war das eben der Grund für diese Finanzkrise. Und diese Zahlen gibt es eben nicht mehr. Und deshalb blicken wir jetzt mal auf diesen Hauspreisindex, der am Dienstag kommt. Wir haben hier keinerlei Prognosen, er ist letzten Monat gesunken, er ist im Monat davor gesunken. Und wir sehen hier eindeutig, dass die Preise deutlich zurückgehen. Das heißt, die Luft am Haus, am Häusermarkt nimmt so langsam ab. Also es wird immer, immer weniger. Und wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, 2007, wo wir eben auch die Ausfallrate der Hypotheken sehr, sehr hoch hatten, genau da hat eben dieser Absprung im Häusermarkt begonnen. Und das war dann auch im Endeffekt der Grund, warum dann zusätzlich auch der Häusermarkt gecrashed ist. Weil einfach die Häuser nicht mehr verkauft wurden, beziehungsweise deutlich unter Wert. Die Leute konnten ihre Hypotheken nicht mehr zahlen. Und jetzt hatten wir schon zwei Monate hintereinander. Und das hatten wir in der Vergangenheit wirklich nur hier in dieser großen, ich sage jetzt einfach mal Rezession, kann man schon dazu sagen. Davor immer mal so minimal mal einen Monat oder hier mal einen Monat, wo es ein bisschen drunter war oder auf Null. Aber zwei negative Monate hatten wir hier wirklich das letzte Mal. Hier im, na, was haben wir hier? 2012, wo das alles schon wieder abgeflacht ist. Aber das Hauptding war 2007. Also diese Zahlen werden sehr, sehr interessant werden. Und da lohnt sich dann auch gleich mal der Blick auf den DXY. Und zwar haben wir hier letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich hier noch einen Bounce erwarte in dieser Region um 105 Punkte oder 104,8. Das sind so die Zielmarken, die ich weiterhin sehe. Deswegen ist auch weiterhin hier dieses W-Pattern immer noch drin. Natürlich mit einem tieferen Tief, das ist vielleicht hier ein bisschen falsch eingezeichnet. Aber so stelle ich mir das weiterhin vor. Bis jetzt hat es einigermaßen gut ausgespielt. Wir haben hier oben diesen ehemaligen Support als Widerstand anerkannt. Und jetzt noch ein tieferes Tief könnte dann am Dienstag durch diesen Hauspreisindex eben dazu führen, dass wir hier ein tieferes Tief sehen und dann möglicherweise auch mit einem Abschwung an den traditionellen Märkten. Also da werden wir jetzt gleich nochmal drauf blicken, auf was es hier ankommt. Aber dann könnte hier für den DXY vorläufig ein Boden erst einmal erreicht sein. Aber gut, schauen wir mal auf die nächsten Zahlen. Und zwar am 30. November. Das heißt, am Mittwoch kommt hier das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Klar, kann man mal mit reinnehmen. Ist vielleicht ganz interessant für alle mal. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mit reingenommen. Schauen wir mal. Prognose liegt bei 2,7 Prozent. Also stärkeres Wachstum beim BIP. Vorherig waren es 2,6 Prozent. Schauen wir mal, ob sich das so ausgibt oder ob das so dann bleibt. Also man blickt hier auf jeden Fall positiv weiterhin in die Wirtschaftslage. Sollte das negativ ausfallen, dann ist es wieder so ein Indikator, warum die Fed dann möglicherweise doch ihre Zinszügel, die ja sowieso schon bekannt geworden sind, dass man hier nicht mehr überlegt, diese 75 Basispunkte, sondern eher Richtung 50 Basispunkte geht. Könnte das dann auch nochmal ein bisschen bekräftigen. Wenn ihr das nachgucken wollt, wie übrigens die Prognosen sind, schaut gerne bei FOMC nach. Da könnt ihr dann nachgucken, wie momentan so die Einschätzung ist, was Analysten erwarten, wie viele Basispunkte im Endeffekt eingepreist werden sollten. Dann, das könnte auf jeden Fall wichtig werden, dann kommen wir am 1.12. Das ist der Donnerstag. Hier haben wir die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe und natürlich auch die Erstanträge. Da warten wir ja immer noch ein bisschen so dran, dass wir hier diese endgültige Trendwende sehen. Also man hat zwar hier schon gesehen, okay, es gibt immer mehr Arbeitslose. Das kommt so langsam, diese Trendwende. Also der Tiefpunkt war hier so bei 217.000. Letzten Monat waren wir dann schon bei 240.000, beziehungsweise vorletzte Woche oder letzte Woche werden ja im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Also man sieht hier auch, so langsam kommt dieses ganze Gefälle zum Stoppen und dreht. Und das ist eben dieser Moment, auf den wir jetzt seit Monaten warten. Wir hatten die ganze Zeit immer gute Newslagen, sage ich mal, aus der Wirtschaft. Deswegen konnte die Fed auch ohne Probleme erhöhen. Nur jetzt geht die Inflation nach unten. Die Zinsen sind extrem hoch. Der Häusermarkt könnte so langsam zusammenbrechen. Und dann steigen die Arbeitslosen. Und man sieht es ja auch an diesen ganzen Tech-Werten. Twitter, gut, Twitter muss man sagen, läuft anscheinend mit 50 Mann anstatt mit 8.000. Muss man auch sagen, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Facebook hatten wir, Amazon und was weiß ich wie viele Tech-Werte entlassen mittlerweile Mitarbeiter. Und da lohnt sich doch auch gleich mal ein Blick auf den NDX, also auf den Nasdaq. Und da sehen wir weiterhin sehr, sehr wenig Veränderung. Warum ich hier diese Prozentangabe habe, liegt einfach daran, wir sind hier 42% von unserem All-Time-High entfernt. Und wir gucken jetzt gleich nochmal auf den Dow Jones. Da sind es nämlich nicht mehr so viele Prozent zum All-Time-High. Aber da sieht man einfach, die Tech-Werte sind einfach noch in einem absoluten Downtrend. Da hat sich gegenüber letzter Woche wenig geändert. Wir haben hier drüber gesprochen, also wir sind gerade auf dem Daily-Chart unterwegs, dass wir diese grüne Box mal anlaufen werden, um das CME-Gap zu füllen. Das haben wir fast gefüllt, also fehlt nicht mehr viel. Wäre so nächste Woche. Je nachdem, wie die Daten ausfallen. Ich erwarte hier Montag, Dienstag also relativ Ruhe. Mittwoch dann aufgrund Hauspreisindex und Bruttoinlandsprodukt. Also Dienstag, Mittwoch könnte dann doch ein bisschen mehr Bewegung reinkommen. Am Montag noch ein bisschen Konsolidierung und dann schauen wir mal, wie sich die Zahlen verändern. Aber hier, wie gesagt, dieses Gap hier noch bei ungefähr 11.900 Punkten wäre das erste Ziel und dann kommt es auf die Daten an. Der nächste Step wäre dann hier möglicherweise die Erholung bis hin die 12.500-Punkte-Marke, wo unser Golden Pocket und noch ein paar andere CME-Gaps, also CME-Futures-Gaps liegen, wäre dann noch ein Ding. Und wir haben natürlich hier unten weiterhin dieses Mini bei 11.225. Je nachdem, welche Zahlen erreicht werden, wäre das natürlich das erste Ziel. Ich gehe aber positiv in diese neue Woche, nachdem jetzt wenig los war diese Woche, dass wir zumindest mal hier dieses Hoch möglicherweise antesten könnten bei 12.000 Punkten. Aber was wir auch dazu sagen müssen, wir befinden uns hier in einem klaren Downtrend. Also von unserem All-Time-High, sage ich jetzt mal hier grob, bis runter weiterhin ein Downtrend. Wir haben es hier noch nicht drüber geschafft. Trend ist zwar intakt, wir haben im Arrows-Eye auf jeden Fall noch Luft. Wir kämpfen hier um das 0,382er Fibonacci-Retracement-Level. Hat sich wenig geändert. Also da kommt es wirklich stark auf die Zahlen an. Es tut sich was bei den Tech-Werten aufgrund der Entlassungen. Man schwört hier schon mal auf schlechtere Zeiten am Arbeitsmarkt an, was aber wiederum dann bullisch ist für mögliche Fettsitzungen bzw. das Fett-Protokoll dann auch. Gut, dann Dow Jones auch noch dazu. Hier befinden wir uns natürlich weiterhin in einem riesigen Abtrend. Also der wurde auch nicht gebrochen. Das Einzige, was mich ein bisschen hier stutzig stimmt, ist einfach, dass wir hier so langsam ans Maximum kommen. Also Arrows-Eye hier schon am Anschlag. Wir sehen deutlich abflachendes Volumen. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass letzte Woche wenig los war. Aber trotzdem müssen wir hier ein bisschen Acht nehmen. Vor allem Dow Jones-Traden jetzt habe ich ja auch schon überlegt. Wir haben diese blaue Linie hier einmal jetzt perfekt getroffen. Aber was man auch dazu sagen muss. Und das war extrem wichtig. Wir haben diese blaue Linie mit einem Daily Close nach oben hin durchbrochen. Und das ist wichtig. Das heißt, wir hätten auch hier bei positiven Zahlen auf jeden Fall noch Luft bis zur 34.900 Punkte Marke. Wir schauen uns das mal prozentual an, was das bedeuten wäre. Da wären nochmal 1,79%. Ist bei positiven Daten nichts Verkehrtes. Beziehungsweise dann kommen wir halt in diesen massigen Widerstand. Und da rechne ich dann mit der ersten, spätestens dort mit der ersten Korrektur. Weil wir dann auch hier diese Ineffizienz gefüllt hätten. Also diesen starken Abverkauf von damals. Der wäre dann gefüllt. Wir haben hier oben diesen starken Widerstand. Den können wir auch nochmal ein bisschen genauer einzeichnen. Das heißt, bis hier oben bis 34.850 Punkte. Da beginnt auch die Daily Supply Zone. Das heißt, deutlicher Widerstand. Und da dann so die erste Trendwende nach unten hin. Wäre dann schon relativ gut, sage ich mal. Nachdem wir jetzt so einen krassen Abtrend hatten. Und das eben beim Nasdaq noch nicht gesehen haben. Aber wie gesagt, wir kämpfen hier um das Golden Pocket. Alles ist noch nicht verloren. Eventuell werde ich auch hier nächste Woche dann mal Short-Setups posten. Ist schon relativ interessant. Also momentan ist mir der Trend noch zu steil. Es gibt von den Märkten wenig Impulse. Wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ein perfekter Short. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Märkte sind einfach zu bullisch. Klar, wir kommen jetzt auch hier in so ein mögliches Rising Wedge rein. Aber wie gesagt, da haben wir auf jeden Fall noch bis hier oben Luft. Und das werden wir auf jeden Fall nächste Woche im Auge behalten. Indizes und sowas. Oder Forex trade ich übrigens auch bei BingX. Also könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Ist auch alles sehr gut dargestellt. Könnt ihr genauso wie Krypto und sowas. Also Link unten in der Videobeschreibung. Sollte jetzt auch keine Werbung sein. Aber nur, weil manche gefragt haben. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall mal weiterhin Ausschau halten. Wir haben dieses Falling Broadening Wedge auf jeden Fall nach oben hindurch gebraucht. Auch mit einem schönen Retest. Sieht alles wirklich gut aus. Was uns in Richtung All-Time-High bringen könnte. Aber wie gesagt, die Zahlen werden mehr Ausschluss geben. Vor allem dann eben dieser Donnerstag, wo wir hier haben. Mit den Arbeitslosenzahlen, die nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen könnten. Und eben auch die Folgeanträge. Dann kommt der Freitag. Und das würde ich mal im Auge behalten für so einen möglichen Trend-Wendetag. Also da müssen wir mal ein bisschen Ausschau halten. Und zwar die Non-Form-Payrolls. Die waren ja beim letzten Mal, schauen wir mal hier, waren 261.000 Beschäftigte. Die Prognose war bei 200.000. Das heißt, die Wirtschaft oder der Wirtschaft geht es noch sehr, sehr gut. Sieht man zumindest an den Zahlen. Jetzt ist die Prognose wieder bei 200.000. Also man geht ja schon seit Monaten davon aus, dass hier 200.000 oder die Beschäftigung sinkt. Aber sie ist immer noch stark. Aber auch hier sieht man so eine kleine Trendwende. Es wird immer, immer weniger. Das heißt, der Wirtschaft geht es zwar nach Zahlen immer noch gut. Aber man sieht so langsam eben diese Trendwende auch hier an den Märkten. Was wiederum dafür spricht, dass die FED nicht mehr bis uns endliche hier die Zinsen erhöhen können. Also da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Wir können uns auch mal hier ganz kurz durchlesen. Wenn der NFP höher als erwartet aushält, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des Dollars. Umgekehrt sinkt der US-Dollar, wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden. Und da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten. Und da lohnt sich dann wieder der Blick auf den DXY. Sollten wir hier wenig Bewegung eben sehen im Laufe der Woche, könnte das dann hier auch die Trendwende dann bedeuten. Fallen die Zahlen besser aus als erwartet, haben wir ja gerade vorgelesen. Oder fallen sie schlechter aus, dann könnt ihr hier denken, was hier mit dem DXY passiert und was an den traditionellen Märkten passiert. Also sollten die ganzen Zahlen, die wir jetzt hier durchgegangen sind, wirklich negativ ausfallen diese Woche. Also negativ für die FED, positiv für uns. Könnte das für Krypto und für die traditionellen Indizes auf jeden Fall eine neue Rallye bedeuten. Das dann am Freitag. Und was auch noch dazu kommt, ist die USA-Arbeitslosenquote. Ja, da hatten wir das letzte Mal eine kleine Überraschung. Prognose waren 3,6%. Das waren dann 3,7%. Und da könnten sich dann jetzt so langsam aber sicher, immer am ersten Freitag des Monats wird das veröffentlicht, könnte sich dann so langsam aber sicher dann mal so eine kleine Trendwende anwenden. Weil wir jetzt eben die ganzen bei den Tech-Werten die Entlassungen haben. Die Entlassungen nehmen zu. Und dann haben wir, ich glaube, nächste oder übernächste Woche dann auch die FED-Zahlen. Also die Woche dann drauf. Und ja, könnte das möglicherweise eine neue Rallye dann einläuten. Die traditionellen Märkte geben es auf jeden Fall her. Es spricht meiner Meinung nach, wenn die Zahlen jetzt wirklich so ausfallen, wie wir uns das hoffen, und wir hier diesen Trendumkehr dann bekommen, könnte das für einerseits den DXY deutlich nach unten gehen, bricht dieser Support. Und für die traditionellen und für Krypto absolut positiv. Weil wir dann positiv in das FED-Meeting gehen können. Darauf noch der ganz, ganz kleine Blick in den S&P 500 auch noch dazu. Hier haben wir unser Ziel erreicht, was wir letzte Woche gesprochen haben. Das Golden Pocket war unser Ziel. Eben auch hier mit dieser, ich sage jetzt mal, mit diesem CME Futures Gap, was wir hier auch noch gebildet haben. Aber hier wurden wir jetzt erst einmal rejected. Höheres Hoch haben wir hier leider nicht erreicht. Also auch hier wieder so eine kleine Unstrittigkeit im Gegensatz zum Dow Jones. Wir sehen, S&P 500 und Nasdaq sind hier einfach deutlich noch weiter entfernt von ihrem All-Time-High. Von der Downtrend wurde hier auch noch nicht durchbrochen. Wir haben aber auch hier, muss man auch dazu sagen, muss man fair dazu sagen, das gleiche Chart-Pattern wie beim Dow Jones damals, eben dieses Falling Broadening Wedge. Das müssen wir im Auge behalten. Und wir haben auf jeden Fall noch Luft hier bis ungefähr 4000, ich sage jetzt mal knapp 90 Punkten, je nachdem wann wir die Zone treffen. Und es wäre dann halt eben auch gleich dieser Downtrend-Kanal. Also auch hier werde ich nächste Woche dann eher mal noch im Short am Ende der Woche dann eher mal Ausschau halten, weil mir die Zahlen einfach ein bisschen noch zu bullisch sind. Oder ansonsten warten wir hier auf diesen Retest und kriegen vielleicht hier noch den Pump in Richtung 4220 Punkte. Ja, soviel zu den traditionellen Märkten. Ich hoffe, das war für euch so einigermaßen verständlich. Gehen wir jetzt noch ganz kurz zur Krypto. Wie gesagt, hier wird es einfach wichtig, ein Weekly Close über 17.250. Das habe ich heute früh schon im Video gesagt. Das ist einfach der Punkt, den wir erreichen müssen, beziehungsweise dieser Turnaround-Point, den wir treffen müssen. Dann sehe ich das Ganze deutlich, deutlich bullischer. Und wir kommen hier locker wieder Richtung 20k wahrscheinlich ohne Probleme. Vorher müssen wir das alles noch ein bisschen kritischer sehen. Ich denke, so richtige Bombenbewegung kommt dann wahrscheinlich erst rein, wenn wir wirklich das FED-Meeting haben. Oder hier wirklich Sicherheit haben. Okay, nur 0,5. Und dann deutet sich wahrscheinlich noch an, je nachdem wie die ganzen Zahlen diese Woche ausfallen, wird es vielleicht doch schneller noch zu einem Pivot kommen. Das heißt, es wird nichts mehr erholt. Wir bleiben so. Und dann wird sich zeigen, wie die nächsten Monate. Also für mich momentan, was die Zahlen hergeben und was so ein bisschen hier so rumort, so vorzeitig, spricht das alles für ein deutlich, deutlich bullischeres Jahr 2023. Will jetzt noch keine Hoffnung machen. Müssen wir dann sehen, wie sich das weiter ausgibt. Aber trotzdem. Also Krypto, wie gesagt, 17.250, Weekly Close. Ob wir das diese Woche noch schaffen, wage ich zu bezweifeln. Schaffen wir es nächste Woche, sehe ich der ganzen Sache bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch deutlich, deutlich bullischer entgegen. Wie gesagt, die XY 104,80, das ist die Zone, die wir treffen müssen. Dow Jones kommt dann so, gucken wir jetzt nochmal ganz kurz nochmal an, um das nochmal zusammenzufassen, wäre hier das Ziel, die 34.800 Punkte diese Woche. Und dann schauen wir auch möglicherweise nach neuen Short-Entries, was sich da möglicherweise ergeben könnte. Gut, das war es mit dem Wochenausblick für die nächste Woche. Momentan sieht es alles noch relativ bullisch aus. Schauen wir mal, ob wir es die Zahlen nächste Woche geben. Wie gesagt, Montag nichts wirklich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, das werden die Tage, wo es darauf ankommt. Vor allem, ich finde so, ja, einerseits Donnerstag und Freitag werden dann sogar nochmal ein bisschen wichtiger. Hauspreisindex ist einfach für mich persönlich ein bisschen wichtig, um das ein bisschen im Blick zu halten. Aber gut, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen wieder mit dem ersten Adventskalender, beziehungsweise unserem ersten Advents-Event, wo der Beginner-Guide für den Beginn als Trader kommt. Habt ihr euch ja gewünscht, das kommt dann morgen. Nachmittag habe ich schon alles gedreht. Freut euch drauf, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto. Bis dahin, ciao.